Sie aus überhaupt nicht, also mein Winkel ist hier zu tief im Tal, wo zum Agrar rund in der Hallstettensee liegt 5,5 Meter in einem Meeresspiegel. Die höchste Erregung, die Sie von Hallstettensee aus sehen können, ist der Blitz-Urmuss, wo man dreut, so lange haben es Kippenstein, der hat eine Höhe von 2.104 Meter. Am Kipfel des Lichtbestands befinden Sie sich seit einem Jahr in Sloppea und auf dem Hallstettensee. Im Vornein einer Handball, für Sie Five Fingers, von dort oben haben Sie einen jährlichen Ausblick auf das Inge-Salzkammergut und auf den Hallstettensee. Hier sind die Hütten zum größten Teil, es ist ungebaut. Hier sind die Hütten, die Sie vor und nach Hallstatt sehen können. Diese Hütten wurden nach dem großen Brand 1750 errichtet. 1750 ist ja der gesamte historische Ortskern abgebrannt, denn nach diesem Brand musste man beim Feinholz außerhalb von Hallstatt lagern wegen der großen Brand gefahren. Heute sind diese Hütten zum größten Teil umgebaut worden zu Freizeithütten. Obwohl auch heute noch in einigen Hütten Holz geladen wird. In Hallstatt wird aber noch sehr viel mit Holz geheizt, da sehr viele Häuser ein Holzbezugsrecht haben. Das hier Selvidut genannt wird. Dieses Holzbezugsrecht ist im Grunde eingegangen, an dem Holz, das daraus her für seine Getauschung verbraucht. Dieses Holz wird dann hier raus gelagert und getrocknet. Im Herbst wird das Wasser über den See mit dem typischen Hallstetten der Holzhund. Der Hallstettersee war bis ins Mitte des 19. Jahrhundert Universalverkehrsträger und hat sich alles am Wasser abgespielt. Der Hallstettersee war bis ins Mitte des 19. Jahrhunderts in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Unfall.